Mainz im Jahr 1996 bezeichneten sich 39% der Befragten als stark oder sehr stark an Politik interessiert. Nach einem Zwischenhoch 2013 mit 52% sank der Wert zunächst leicht und stieg seit 2014 wieder. Allerdings ist ein Anstieg in Wahljahren häufiger zu beobachten. Die Zunahme zeigt sich in allen Altersgruppen, wie man in der Untersuchung der Forschungsgruppe »Wahlen im Auftrag des ZDF« erkennen kann. Kaum oder gar nicht politisch interessiert waren von Januar bis September 2017 demnach 10%, das ist der niedrigste Wert seit 20 Jahren. ZDF-Intendant Thomas Bellow wertete die Studie positiv. Wir leben in spannenden Zeiten für Nachrichten und Politikberichterstattung, sagte er. Die Ergebnisse seien eine gute Entwicklung für die Demokratie und eine Herausforderung für uns. Wir werden noch mehr Kraft und Energie in gute und zeitgemäße Informationsangebote investieren von RND, Deutsche Presseagentur.